Ein unbekanntes Feuer hat zuerst gesehen, dass ein Ferienhaus gepumpt hat, dass ein Reisighaufen, den man gestern schon angezündet wollte, in der Nacht selbst angefangen zu brennen und haben wir rasch unter Kontrolle gebracht und es ist wieder erledigt. Die Feuerwehr Alberschwende vermutlich als erste an Ort und Stelle. Wer war noch da? Ein unbekanntes Feuer, da hat man einen grossen Alarm ausgelöst, das heisst ein F4 und das ist der Löschkreis Mittelwald und da sind Alberschwende, Müsselbach, Eck, Grosstorfer, Andelsbruch, und Schwarzenberg, die sind mit alarmiert worden. Also ein grosses Aufgebot für einen, Gott sei Dank, kleineren Brand. Wie viele Leute sind da ungefähr gekommen, wo hast du denn? Schätzungsweise wären 150 Leute sicher auf dem Werk gewesen gewesen, aber besser so, als wenn wir wirklich eine Hausbrennung hätten. Und Gott sei Dank keine Verletzten? Ja, mir ist nichts bekannt. Es ist gut gegangen.